Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Let's Play Pokémon Blattgrün. Je nachdem wie schnell wir heute durchkommen, wir kämpfen gegen Siegfried. Ich habe bereits von dir gehört, Lucia. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und überhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt dich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Aufsatzflug in die Pokémon-Liga hier, Lucia. Das glaube ich eher nicht. Aber wenn du das so siehst, okay, dann akzeptiere ich das so. Er hat Garadus am Anfang. Okay, wie im letzten Part gedacht. Er hat Garadus am Anfang. Das ist sehr schön. Der Dragoran. Blatt! Er ist jetzt weg. Ich habe gerade nach komplett oben geschrien, damit ich nicht ins Mikrofon schreie. Ich weiß nicht, inwiefern man das gehört hat. Sehr schön. Das war ein schöner One-Shot. Dragoran. Sehr schöner One-Shot. Er ist ein Drago nie gegen Dra... Stimmt der mir zu? Ich glaube, ja. Wtf. Wir setzen heute den Dragoran ein. Wenn er Dragoran einsetzt, werden wir Turtok einwechseln. Denn Eisstrahl von Turtok ist doppelt effektiv. Und dürfte Dragoran echt... ...schön viel Damage zufügen. Und dieses Dragoran von uns wird heute nach diesem Dragoran hier Level 56 erreichen. Kein krass spektakuläres Dings, aber... Naja. Sehr schön. Dragoran. Turtok, bist du bereit? Turtok. Oh yeah. Dragoran hat... Oh, es ist schon Level 60, Alter. Ich glaube, ich habe mich mit Level 60 von dem Pokémon Champ ein bisschen überschätzt. Er unterschätzt. Wenn sein Dragoran schon Level 60 ist, will ich gar nicht wissen, welche Pokémon er Champ hat oder welches Level er Champ hat. Fuck that, ey. Holy fuck, Moly. Aber gut, okay. Wir werden es schaffen, Leute. Wir werden es schaffen. Ich glaube dran. Das war ein guter Damage. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Als nächstes noch ein Aerodaktyl. Setzen wir wieder Turtok ein. Auch hier mit Eisstrahl doppelte Effektivität. Dadurch, dass Aerodaktyl Steinflug ist. Und Eis auf Stein und Flug effektiv ist. Das heißt, vierfacher Damage und Aerodaktyl hält es aus. Das ist ein Ding. Oh Gott. Tschüss Turtok. Tschüss, tschüss. Tschüssli. Schön, nicht gekannt zu haben. Fuck. Für Dragoran, ne? Müssen wir. Müssen wir. Wir haben keine andere Chance, als Dragoran einzusetzen und Donner. Zumachen. Und es trifft. Es dürfte Aerodaktyl besiegen, schätze ich. Eigentlich schon, ja. Nice. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Schön. Es ist vorbei. Unfassbar. Du bist wahrscheinlich ein Pokémon-Meister. Ja, das bin ich. Noch nicht ganz, aber fast. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert. Lucia. Nun bist du der Pokémon, der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist drei Fragezeichen. Aurera hat die Top-4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Oh, Kacke, Leute. Bevor wir jetzt da reingehen, werde ich erstmal heilen. Ein Beleber für Turtok. Und noch zwei Top-Tränke aufopfern. Ja, ich weiß, ein Top-Tränke für Dragoran ist vielleicht unnötig. Aber um ehrlich zu sein, will ich da auf Nummer sicher gehen. Und wir werden Nidoking an Anfang setzen. Denn Nidoking hat mit seinem Steinhagel eine gute Waffe gegen drei Fragezeichen Taubos. Und ich glaube, er setzt Taubos am Anfang ein. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Lucia. Ich brauche einen starken Trainer, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon auserwählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Nun, bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Lucia, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Noch. Noch bist du der Mächtigste. Er setzt Taubos am Anfang ein. Alles klar. Habe ich mir halt gedacht, weil er sonst auch immer Taubos am Anfang hatte. Hierroas dürfte nicht so viel... Nee. Okay. Ich glaube, Taubos ist allgemein schwach, oder? Also im Allgemeinen relativ schwach. Weil sein Taubos ist auch nicht unbedingt krass stark. Daunenreigen. Daunenreigen. Ja gut. Ich glaube, Steinhagel ist aber speziell, oder? Nein, ist es nicht. What? Es wird zurückgerufen, was? Rizoros. Das Ding ist, Rizoros kann, glaube ich, Erdbeben oder sowas, oder? Wir sind schneller. Sehr schön. Das ist sehr schön. Ich hoffe, Erdbeben reicht auch so für Rizoros. What? Sein Erdbeben wird definitiv ausreichen, oder? Alter. Alter Vater. Totok. Du bist dran. Du musst Rizoros in den Arsch surfen. Ja, ist ein bisschen eklig vielleicht, aber... Du weißt, was ich meine. Als nächstes schon Visaflor. Da habe ich doch eine gute Antwort. Mit Draagoran. Und seinem Flammenwurf. Level 63. Das geht fit. Das geht fit. Dürfen wir ihn kriegen. Was? Weniger, der Mensch jetzt erwartet. Aber es brennt. Oh, schön. Oh, herrlich. Oh, geil. Mmh. Das ist schön. Noch ein Flammenwurf. Und es ist jetzt sogar Sonntag ein. Alter, als ob du so dumm bist. Oh, du stärkst gerade meinen Flammenwurf. Weißt du das eigentlich? Oh, schön. Oh. Nice. Schön. Das ist schön. Garados. Draagoran bleibt drin. Ich könnte die ganze Liga nur mit Draagoran machen, merke ich gerade. Ha. Also fast. Ach, herrlich. Donner. Scheiße. Drachenwut. Okay. War jetzt nicht so ein krasser Damage. Er macht halt 40 Damage, ne? Wissen wir ja Bescheid. Donner dürfte es eigentlich vielleicht sogar besiegen, oder nicht? Ja, gut. Hatte ich schon gedacht, ey. Hättest du es nicht geschafft, dann wäre ich ein bisschen verwirrt gewesen. Ein Taubos wieder. Ja, dann müssen wir Draagoran drin lassen. Denn unser Nidoking ist leider besiegt. Und gegen Taubos haben wir sonst nichts anderes. Außer den lieben Donner. Ne, wer setzt den Flammenwurf ein? Weil Flammenwurf immer noch verstärkt ist. Und Donner trifft viel zu selten. Und gerade jetzt mit Sandwirbeln noch da rein. Wäre das ein bisschen doof gewesen. Simsala. Gengar. Dein Auftritt. Ich hoffe, deine Hypnose trifft, Gengar. Ich hoffe, deine Hypnose trifft. Was ist denn noch als letztes Pokémon? Akkani, glaube ich, ne? Ich glaube, Akkani. Hypnose. Sehr schön. Oh, Gengar. Du bist halt einfach ein Gott. Weißt du das? Du bist ein Gott, Gengar. Hab ich dir schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Aber du bist ein Gott. Spuckball. One-Shot? Ich glaube schon. Ja, nice. Oh, schön. Schön, schön. Sein letztes Pokémon ist der Akkani. Und das hat keine Chance gegen unser Turtok. Smetbo und Taubos haben wir gar nicht gebraucht, merke ich gerade. Holy moly. Na ja, ist halt so. Du setzt Flammenwurf gegen ein Wasser-Pokémon ein. Als ob du nicht irgendwas anderes hast. Sowas wie Biss oder so. Also, also Flammenwurf hat guten Damage gerade gemacht da nicht, ne? Also. So nicht. Es hat guten Damage gemacht, aber trotzdem. Es ist halt gegen... Wasser. Das ist halt dumm. Aber gut. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Leute. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Sieg ist zuerst schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, um Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Oh doch. Das ist es. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon noch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Lucia. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich mit Jiggy auf den Weg gemacht hast. Lucia, du bist viel erfahrener geworden. Ja, drei Fragezeichen. Du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top-4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Drei Fragezeichen. Weißt du was? Weißt du, warum du verloren hast? Du hast deine Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Daran liegt's. So wirst du niemals Sieger werden. Lucia. Du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Lucia, folge mir. Okay. Ich folge dir, ich. Herzlichen Glückwunsch, Lucia. Das ist die Pokémon-Rummesalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle Pokémon geehrt. Lucia, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Lucia, du bist gemeinsam mit deinem Pokémon-Rummesalle verewigt. Oh yeah. Weißer Vorgang. Nidoking, Turtok, Dragoran, Smetbo, Gengar und Taubos. Willkommen in der Ruhmeshalle. Lucia. Lucia. 21 Stunden und 52 Minuten gespielt. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. Das war's, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind der Champion der Pokémon-Liga und haben somit das Spiel durchgespielt. Wie gesagt, man kann jetzt noch auf die verschiedenen Islands. Ich glaube, es gibt sieben an der Zahl, die man betreten kann. Ich glaube, durch irgendwas anderes. Ich glaube, nee, gibt es acht und neun auch? Ich weiß es nicht genau. Ich habe eben meine durchscrollende Cheats bei der Suche nach dem Sonderbonbon-Cheat gesehen. Okay, Island acht und neun freischalten. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Kein Plan. Auf jeden Fall, ja. Es gibt noch ein paar Islands eigentlich. Aber wie ich ja gesagt habe, die machen wir nicht. Da ist nichts wirklich Relevantes noch drauf. Es gibt ja noch, glaube ich, ein Team Rocket-Versteck oder so. Und noch eine so kleine, ja, ne Nebenstory oder Ministory, sage ich jetzt mal. Aber nichts Relevantes für uns, so gesehen. Und deswegen machen wir es nicht. Wenn uns noch Arctos-Lavadas und Zapdos... Zapdos... Zapdos. Zapdos, alles klar. Zapdos kaufen. Kaufen? Was ist denn mit mir? Oder heute reden? Ich höre auf zu reden, ey. Mann. Fangen. Theoretisch. So. Aber ich habe auch keine Lust mehr drauf. Mewtwo könnte man auch noch machen. Das ist in der Zurea-Höhle. Da können wir jetzt rein. Nachdem man Champ wird halt. Allerdings habe ich darauf auch keine Lust. Wir könnten es machen und einfach eiskalt die Meisterball-Instant werfen. Dadurch Mewtwo fangen. Ich glaube, das mache ich noch. Das mache ich, glaube ich, gleich noch. Ich werde es nicht überspringen hier. Ähm. Ah ja. Hier sehen wir gerne aus den Credits noch. Im Prinzip... Also ich mag Pokémon, ne? Pokémon... Wenn wir Pokémon nicht mag, ist komisch. Nein. Natürlich hat jeder sein eigenes Recht, Pokémon zu mögen oder nicht. Ich mag Pokémon. Ich bin mit Pokémon aufgewachsen. Meine erste Edition war Pokémon Silber. Ähm. Und seitdem habe ich, glaube ich, jede gespielt. Bis auf später dann Schwarz-Weiß 2. Ich glaube, Schwarz-Weiß habe ich auch noch gespielt. Kann ich mich aber nicht mal wirklich dran erinnern. Nicht mehr viel. Ähm. Aber ab danach habe ich keine Edition mehr wirklich gespielt. Ypsilon hat sich, glaube ich, mal angefangen. Habe ich hier, glaube ich, zu Hause rumliegen. Ähm. Aber ja. Sonst... Ich habe sie geliebt damals. Diamant und Perle habe ich sowieso gesuchtet. Ähm. Genauso wie alle anderen Teile eigentlich. Und es ist immer wieder schön, neues Pokémon-Abenteuer zu beginnen. Mit neuen Pokémon. Immer wieder. Ähm. Sich ein schönes Team zusammenzustellen. Einfach herrlich. Hier sehen wir den Fahrradweg. Den Radweg, wo ich nie hingegangen bin. Haha. Ja. Ja. Wie gesagt, einige Verbesserungsvorschläge hätte man. Aber das ist jetzt halt um Längen schon zu spät. Dadurch, dass die Spieler einfach schon ewig draußen sind. Ähm. Ja. Aber es ist immer wieder schön. Ich habe mich in ein paar Momenten echt aufgeregt. Über diese Verwirrung und so. Gerade heute, Leute. Ähm. War das echt schlimm. Das war echt schlimm, Leute. Komm. Das war echt schlimm. Ähm. Aber im Großen und Ganzen. Ist ein schönes Spiel. Pokémon. Blattgrün. Feuerrot. Gelb. Blau. Rot. Alles schöne Spiele. Ähm. Aber ja. Ich glaube, es wird nie meine Lieblingsreihe sein. Ich glaube, Generation 1 wird niemals mein Lieblings Pokémon sein. Dafür haben sich damals Diamant und Perl und so einfach so in meinen Hirn gebrannt. Das war so ein cooles Pokémon. Diamant und Perl. Das war schön. Ich weiß nicht, warum ich das so liebe. Genauso wie Rubin und Saphir. Und Gold und Silber und so. Gold und Silber alleine, weil man noch mal nach Kanto kann. So, das war, also, finde ich besser als die erste Gen, muss ich sagen. Ähm. Ja. Ja. Aber das war's. Wir sind fertig. Mit Pokémon bleibt grün. Wir machen jetzt noch eine Sache, Leute. Oh, Eich. Ah, Lucia, dir scheint das Reisen Spaß zu machen. Da ich dich kenne, Lucia, kann ich mir vorstellen, dass du auch abgelegene Horte bereist. Das ist gut. Was? Okay. Pokémon. Taubos fliegen. Ab nach Azurias City. Ihr wisst, was kommt, Leute. Ihr wisst es. Wir holen uns jetzt noch schnell im YouTube. Ich weiß nicht, warum, aber ich hab da jetzt noch Bock drauf. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Ähm. Da kann man das noch schnell machen, ne? Würde ich immer meinen. Wir setzen aber definitiv ein Top-Schutz ein. Kurz runterspulen. Kurz runterspulen. Vorspulen. Zack, hier lang. Und weiter. Nach hier hinten. Hallo. 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 Ich hab's genug sein, um der Pokémon-Liga-Champ zu werden. Und du solltest es bereits groß geleistet haben. Hab ich doch. Was? Oh, warte mal, müssen wir nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, ich spule das alles mal ein bisschen vor, damit wir hier noch, ne? Bisschen wir doch machen. Müssen wir zu Professor Eichen uns den nationalen Dex oder so abholen? Ich freu mich, äh, zu sehen. Was macht mein Vocalex? Zeig ihn. SP-Werte nur 150. Ich hab ein Assistenten EP-Talek gegeben. Ja. Äh? Ich bin noch Liga-Champ. Wollte hier nicht Bild? Ah, hier, hier wartet Bild. Okay. Ja, wir wollen noch Island. Vielleicht erst dann? Äh, scheint das Schiff von meinem Freund, äh, auch angekommen ist. Er hat extra die Zinnoberinsel geschickt. Mich abzuhören. Okay. Das machen wir noch schnell. Ich würd gehen. Also, wenn wir da nicht in die Höhle kommen, dann... Okay. Dann halt nicht, aber... Ey, wir sind da. Das ist ein Landeins. Hier gibt es mehrere Inseln. Hier gibt es eine davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich aufzuholen. Er ist ganz alleine über das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig. Warum ich dir das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Okay. Das weiß ich auch alles nicht mehr, ey. Hallo Celio. Ne, blä. Ich kann nicht glauben, wann du hier eingekommen. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeit? Aber warte mal. Ja, Lucia, das ist mein Freund Celio. Er ist ein passionierter PC-Maniac. Celio, das ist Lucia, der amtierende Pokémon-Champ. Das ist beeindruckend. Tut mir leid, aber ich habe auch nichts für das Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Alles geht so nice. Was macht deine Maschine? Die läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Aber wirklich? Lass mich mal nachsehen. Moment noch. Äh, ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Lucia, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Wow. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für seltene Steine und Gewähen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Nee. Eigentlich nicht. Und hier, nimm dies mit, wenn du nach Island 2 gehst. Tri-Pass. Das ist ein Pass für die Fähre, die zwischen den Inseln fährt. Damit kannst du Island 1 bis 3 bereiten. Oh. Das kannst du auch gebrauchen. Okay. Ich treffe dich später. Richte dem Typen einen Gruß von mir aus. Nein. Äh. Ich gucke jetzt nochmal kurz nach, ob wir jetzt zu... In die Insel können. Kann ich bitte wieder... Hallo? Äh, ich würde gerne wieder nach Orania City. Oder so. Warte mal. So, nee. Das ist nur... Hä? Ich will gerne nach Orania City zurück. Alles klar, Leute. Das war's mit diesem Let's Play. Ha. Okay. Ähm. Ja, die Islander, wie gesagt, machen wir nicht mehr. Wir könnten mit Bill jetzt noch halt diese Quest machen. Dann kriegen wir... Ich glaube, dann kriegen wir den National-Poket-Decks. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm. Ja. Ich hoffe, euch hat das Let's Play trotzdem gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Und das ganze Let's Play. Die Playlist oder so. Bewertet jeden Part. Weiß ich nicht. Wir sehen uns bei... Das nächste Projekt wieder, Leute. Haut... Da rein. Da rein.